aber level 399 geschickt plus 149 war das glaube ich ne 143 390 nicht schlecht knapp die hälfte gibt es immer oben plus 670 ne muschi 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 warte mal das wollen wir jetzt das will ich jetzt mal abchecken ne 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 es ist kein art hat keine muschi ist aber ne muschi ist aber ne muschi das war und haben auch ne muschi das gefilmt irgendwas habe ich gefilmt hier alle das habe ich gefilmt das kann ja nur das sami gewesen sein was weiß ich nicht überhaupt was ist jetzt der spielt was an lebst und ich habe eine andere tastatur ich habe alles anders glatt englische tastatur als sie lief sure ich hab ich chips in senior kimi die sequin bringen ja müsstest geil recht die sogenannte trocken Ach so, ich habe doch jetzt eine Sammy abgeschossen. Ach, du hast das. Das hier war aber bei mir nicht. Ich bin immer so hässlich, dass gar nichts mehr dran ändern kann. Ach, das geht wieder nicht. Ich denke, wir waren auch hier in Gang. Ja. Hättet ihr denn nicht hier vorne zähmen können, in der Sonne? Mann, immer im Schatten zu stehen. Das ist ja echt. Ich mache jetzt hier im Sand ein paar Sandherzchen. Oh, man kann ja gar nicht mehr als drei schießen. Ach doch. Ich mache ein Herzchen. Das klingt leider leichter. Ich mache ein Herzchen. Nein, der verschwindet ja schon, Mann. Ich will noch ein Herzchen da machen. Ein Herzchen. Ein schiefes Herzchen. Aber das ist ja... Eigentlich ganz egal. Im Chat geht es aber richtig ab, ne? Die schreiben hier wie die Wilden. Ja. Roman, 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 Roman. Das ist das Problem. Ich verstehe nicht, warum kommen die nicht ins DS. Das haben sie alles. Das Ganze, ich schreibe. Hinter sich. Ja. Oh nein. Er hat vier Level eingebüßt. Ja, da kommt ja ein Krieg. Ich verstehe, warum wir nicht ins DS kommen. Noch ein paar mehr einbüßen, glaub mal. Na, will ich nicht mehr. Komm mal, dann töten wir an. Besser Vogel. Da ist ja ein Witte mitten im Quetz. Wer? Also, ne Smitty mit drauf? Ne. Hm. Warte mal, warte mal. Kannst du die so hinstellen, dass ich irgendwie auf die Rampe komme? Mit einem kleinen Hüpfer geht das meistens. Aber wir probieren es mal hier. Ja, so, bleib stehen, bleib stehen. Bleib. Ne. Moment. Ich hoffe, dass es der T-Shirt schafft. Einer Hüpfer, dann reicht das. Wollt doch Teile sparen. Teile sparen. Alles nur Billigprodukte. Ich glaube, es funktioniert. Aha. Magst du mich beim Quetz absetzen? Beim anderen Party-Quetz? Bitte, danke. Oh, da unten rennt noch jemand. Den greifen wir. Ja, bitte. Er will zu seinen Bären. Ach so. Echt? Na, dann steigen wir doch auf. Was ist noch Unsinn? Da kommt ne Miez. Hey, einfach Leute, grab'n ist verboten. Du hast gerade meine Miez runtergeschmissen. Bist du irre? Ach, scheiße. Ist noch wer auf der Insel? Ja. Ja, natürlich. Hat's für eine Flinte für mich? Äh, ja. So, so nicht bitte. So ist, so ist hoch. Aber wenn's der Stickel noch vorgehst. Ja, ja. Stackel. Na, Stickel? Wo bist du gerade? Ne, vergiss es. Verkehr drum. Oh, Mist. Der findet ihr echt am, 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 am Level. Schade, 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 schade. Warum, 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 warum? So jetzt? Ja, danke. Bis zum Schluss wird der so. Wo sind jetzt alle hier hinten drauf? Na, warte. Ich bin noch nicht drauf. Absagt. Ja? Wo bist du? Bei Dex. Bei seiner Katze. Ja, man mussi, 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 mussi. Ja, wo wollt ihr hin? So, okay. Sind drauf. Sind drauf. Mitz, 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 mitz. Oh, die rechte Insel. Von 196. Aber es geht. Also, ich hab, der ist ja schon 399. Oh, mein Handy wär fast gefallen. Gott sei Dank war es nur fast. Fast. Dex, du hast auch keine Flinte dabei. Ich hab, äh, ne. Doch, hab ich wohl. Brauchst du? Ja, war ne. Ich will nicht kurz das betäuben. Pfeile hab ich, aber die Flinte nicht. Pfeile hab ich sogar auch. Ja, denn. Gebraucht? Dankeschön, bitte. Wo ist du? Da fehlen doch wirklich Fasern. Pfeile? Fasern hab ich genug, wenn du welche brauchst. Da hat's. Hast du da? Ja, aber die, ich fahm, ich fahm da, glaube ich, auf der Insel. Was sollst du denn 10? Dasselbe wie du da liegen hast. Muschi. Muschi, 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 Muschi. Ist das überhaupt ein Weibchen? Ich brauche ein Weibchen. Ja, ist es. Oha. Der Bär hat aber auch ganz schön fett'n Arsch. Muschi. Muschi, 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 Muschi. 575, nicht schlecht. Die Muschi. Schon ne geile Muschi. Muschi, kann ich ganz ehrlich sagen. Danke, Femix. Hast schon. Jo. Danke dir. Wo ist denn eigentlich der Partyquiz? Jetzt ist er hier schon auf der Generalen Insel. Nein, ich komm gleich. Nein, da fährt er auch nie wieder vorbei. Nie mehr? Dann müssen wir eben schwimmen. Oh, hier ist er. Gleich schon. 3,99. Huch. Wow. Schöne Farbe. Das ist die Sky sieht, ja. Ja. Warte mal, warte mal. Ich kippe den Bogen. Aber mein Tiger hatte gerade ziemlich viel hungern. Komm, beiß mal rein. Beiß dem mal den Arsch. Ja, dunkel. Wo sind denn hier die bösen Tiere? Kanos und T-Rex und Wrexendexen und und so. Bleibst du jetzt auf der Insel, Femix? Nee, äh, ja. Ah ja, okay. Äh, ja, nein. Solange das Viecher über mir steht, ja. Das ist laufig viel mehr. Willst du es wirklich machen oder lässt es lieber sein? Nein. Also wirst du jetzt mitfliegen, oder nicht? Ich bitch stürmen, auf eurer nächsten Insel. Okay. Ich will nach Hause, ich will nach Hause. Ich mach schon hier Feuerzeichen. Ich komm schon. Feuerzeichen. Krachendus bei Dex, oder wie. Jo. Das ist hier ein gelandetem Partygritz. Du brauchst eigentlich nur mehr Fasern in den Niedersmithie werfen, dann kannst du einen Sattel, den Niedersmithie. Das wird schon leben. Seemal. 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 Warte. Ich kann drei Stück craften. Brauchen wir noch mehr? Jo, ich bräuchte noch einen. Hinten noch so einen Hohn? Wenn er fertig ist dahin. Oh, wie ich die Säbelzantiger liebe. Ich komme hier nicht vorbei. Ich wollte zu Smiti ein paar Sachen reinschmeißen. Okay. er wird verkehrt ich muss nur das ist ein bisschen mit mir das ist so langsam die runde drehen ganz kurz so lange andersherr sind die noch gezählt wird Prozent was er dann sagt so ist es muss ich mich als gespielt werden es kann überhaupt viel Leben hat er die Kursi der Welt wie ich ruf uns bittet Prozent Prozent Ich habe jetzt einen größer. Hast du noch einen gekauft, das Dix? Ich habe noch einen gekauft, das ist mir die. Ja, das war der. Geil. Ja. Der Kaffeele ist aber gelb. Ja, das ist ja das komische, der war gelb. Das sind also diese Billigprodukte. Made in China. Ja, der schneller geht, ne? Oh, hier ist ein Ei. Ich liebe Ei aufheben, was ist das? Musst du das Ei rausgeben, Robert? Ah, das Ei, den Sattel. Was für ein Ei? Ach, nicht den Sattel. Was? Warte, gib mir. Nein, mach schon. Ein Alpha, warum komm schon ein Alpha fertig bekommen? Was? Warte. Wie ist das? Weil er bleibt. Ja... Ja, komm. Ja. Ich habe einen Alpha gekeilt. Ich kann doch nicht mal Punkte verteilen, dann kommt schon der erste Adler hier und geht mir auf die Eier hin. Wenn du eine Alpha-Plot machst, dann hast du einige Punkte. Boah. Ich habe Movement Speed fast 200. Nicht schlecht. Oh, jetzt geht er ab. Boah, nicht schlecht. Werden musst du noch mit deinem... Uh, ist ein Ei. Mit deinem... Ah, meine Speicherliste. Okay, super. Voll das Speed-Monster hier. Wo seid ihr gerade? Ich bin auf dem Quetz... W-w-w-w-wahr auf kurz. Ich bin gerade hier vorbei gelaufen. Hier sind überall Eier. Das ist schlecht. Achso, wir befinden uns immer noch auf der Gegend. Echt? Echt? G-Heinhard, der Kurs. G-Heinhard. M-M-M-N-L Da wollen wir den Kurs noch. G-Heinhard. Infos. G-Heinhard. G-Heinhard. Oh, jetzt habe ich schon mal Problem. Jetzt habe ich schon mal Problem. Jetzt habe ich schon mal Problem. Aber da kam zu viel und ich komme ich raus. Oh, der kommt hier mit, mir mit. Habt ihr was dagegen, wenn ich einen Alpha mitbringe? Bring ihn mit. Bring ihn mit, wir machen ihn alle. Da kommt noch einer. Deswegen war das so. Da kommt noch ein Kano. Da war noch ein Kano und noch ein T-Rex. Da war noch dabei. Ihr habt gut reden. Ihr habt irgendwie mit der Rente in Richtung meiner Katze. Die Muschie ist voll stark. Die Muschie. Und wer? Aber ist geil. Warten. Was denn? Ich weiß. Na jetzt ist Kaffee, ne? Ja. Ich komm ausm Wasser. Irgendwie? Ähm, ja. Ich geh mal zu meinen. Hoffentlich wird meiner nicht weiß. Leicht beschissen aus zwei Weiß. Nö, das ist bei mir gelb. So wie der von der Sky. Oh mein Gott, wie schaut denn deine aus? Boah. Meiner? Ja. Das ist ja... Blutig. Was für Ketchup? Oh Menno. Ich hab mit Farbe gespielt. Das tun wir jetzt gleich, gell? Mach doch weiter. Ich hab keine Lust mehr zu drücken. Wird zu schneller gehen, aber mach nichts. Ich muss immer aufpassen. Ich hab immer manchmal so Zuckungen an dem Finger. Nicht, dass ich den nachher jetzt zubeiß und den hier, den fast gezähmten Tiger wegknalle. Seid ich auf der weißen Seite oder auf der schwarzen Seite? Auf der weißen Seite. Auf der weißen Seite. Jetzt gleich kommst du mit. Ganz kurz ein paar Alphas nieder-Schnetzeln. Naja. Mit meinem 111er. Naja. Na Logo. Womit bist du unterwegs? Mit meinem Säbelzentiger. Ganz frisch. Da liegt ein Ei. Wo? Wo? Skopi Unai. Hier? Ah, das ist immer so super. Oh. Der Koch wird sich die... Der wird was draus kocht. So lange, ich wollte schon sagen, solange der Koch mir nach dem Spiegel einmacht, ist das mir egal. Das ist genommen bald. Oh, komm, ganz viel serviert zum Tiger. Guck mal hier. Bam. Oh, der sieht immer super aus. Rot. Der Hochlepp. Komm, wie der hier so groß ist. Oh, ich bin schneller Miesteig. Ja, der ist total lahm. Aber du bist trotzdem Nutz langsam. Ich weiß. Der Dexter hat sich da. Mal ganz nervös mit Zeigefingern hier. Mal ganz nervös mit Zeigefingern hier. Aber ich hab euch auch nicht aufgefunden, dass das Plan wieder mal komplett nach dem Bus geht. Ja. Mal gucken, ob die Größen zu kennen. Geht mit 13. Was hab ich gemacht? Alles gut wird mit 4, oder? Alles gut wird mit 4, oder? Alles gut mit 4, oder? Alles gut mit 4, oder? Was soll man mit dem ganzen Climid machen? Das ist immer die Frage. Ah, das... Nachdem du das jetzt sehr herrlich crushen kannst, und dann gut stapeln kannst, würde ich das in den Futter trocken. Ja. Also das ist echt super. Wenn du die Climid in den Impact Crusher, dann kannst du 10.000 Stacks Fleisch draus machen. Normales Fleisch. Guck mal hin in die Ecke, ob ich dort ein... Was sollt ihr? Hast du den Partico jetzt schon gesichtet? Ja, hier ist ein Alpha. Da steht schon auf der Insel. Nee, ich hab grad hier so ein Alpha... ...nach vor... ...nach machen müssen. Also die anderen sind jetzt grad da... ...in der Meteor, wo du vorher... ...von hell auf dunkel wechseln kannst... ...und keine Stars und so rüber. Okay. Ja, von hell auf dunkel, oder? Von hell auf dunkel? Du bist du feiße, oder das? Du bist doch so durchgegangen, oder? Du bist nicht ganz flüssig. Alter, ich glaube... Oh mein Gott, der ist Level 224, ...und da habe ich mich wieder was in den Kopf. Ah... Ich hab die... ...wegbit gut gemacht. Ja... Der hätte jetzt fast mein Muschi umgebracht. Ach... ...da weiß ich nicht... ...die Lennbärchen... Ist das die Muschi-Gang? Warne hier, was hier hinten ist. Ja, damit du da weiter gehst... ...da hinten sind sie... ...ja... ...ja... ...und die Alpha... ...ja... ...ja... ...dex... ...und die Snowflare... ...nein... ...ich bin beim Partyquetsch. Oh... ...du bist von Quetsch? ...jup... ...du... ...dein Tiger blutet... ...ja... 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 ...wann immer ihr möchtet... ...also... ...sobald der abstrakt fertig ist... ...und ich weiß nicht, ob... ...der Robert sich auch noch einen sehen wollen... ...weiner ist so geblieben... ...ja... ...es kann auch sein... ...es war relativ... ...wann er war ja nicht weiß... ...er war so... ...so... ...so... ...beisch... ...kommt die Lampe... ...dich will... ...aua... ...entschuldigung... ...beleid... ...so... ...wollte ich mich verarschen... ...warte... ...ah... ...na, du kannst nicht hoch... ...oh... ...ja, na, geh zu Fuß... ...und ich grab deinen Tiger... ...ne... ...warte... ...was war zu... ...so, jetzt... ...ne, ich kann nicht hoch... ...na, er kann nicht hoch... ...er ist nicht im Tribe... ...er ist zwar im Tribe... ...du... ...ich bin ja auch nicht oben... ...ja, du bist doch im Tribe... ...ja und? ...aber ich... ...witz ihn... ...was? ...na, ich kann ihn ja grappen... ...geh rauf... ...husch, husch... ...ja, aber du kannst deinen Tier nicht grappen... ...doch, doch... ...zusammen... ...so... ...ja, wegen Tribe... ...ja... ...okay... ...ja... ...alle an Bord... ...ab nach Hause... ...ab nach Hause... ...ab nach Hause... ...wo kann man das zeigen dir jetzt... ...Operation Muschi ist geglückt... ...muschi, muschi, muschi, muschi... ...ganz viele Muschis... ...welcher Film war das jetzt wieder? ...ja, keine Ahnung... ...ja, keine Ahnung... ...ach, mit dem... ...mit dem... ...mit dem bekannten Neger... ...ja... ...da gibt's zu... ...klipp nur einen... ...ja, wie heißt der? ... ...Was, der bekannte Neger? ...Eddie Murphy... ...Eddie Murphy... ...ja, das ist... ...eine davon... ...ja... ...gibt's nur einen... ...ja, okay... ...es gibt nur einen... ...Morgan Freeman... ...und... ...was sagen... ...Wesley Snipes... ...dann gibt's noch was... ...Dance of Washington... ...das gibt noch so viele... ...es gibt nur einen... ...bekannten Neger... ...wo im Film... ...jemand... ...nach der... ...muschi, muschi, muschi... ...sucht... ...ich weiß nicht... ...welcher Film... ...welcher Film das jetzt... ...von ihm ist... ...aber... ...muschi, muschi, muschi... ...ja, genau... ...übrigens... ...ist mein... ...mein... ...säbelzahlen-Tiger grad eben... ...durchs Wasser gelaufen... ...sag ich dir... ...mhm... ...das musst du aber... ...rausschneiden, Decker... ...nein... ...nein... ...das... ...das wird das Highlight... ...am Schluss... ...mhm... ...so, junge Mädchen... ...jetzt ist es eindeutig... ...Zeit wegzuhören... ...hahaha... ...bip... 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 ...ne Szene von... ...ähm... ...von... ...wie heißt der Mr. Bean... ...da muss ich immer so lachen... ...da... ...da... ...da muss ich mehr weinen... ...als lachen... ...wenn der in der Kirche sitzt... ...und denkt... ...das Klümpchen essen möchte... ...und dann... ...der Pfarrer die ganze Zeit... ...blablabla... 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 ...der wird hoch... ...bächt... ...bächt... ...hahaha... 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 ...ich war zu weit weg... ...hahaha... ...du aber eigentlich müssten wir... ...dann hat sie grad die Regel... ...na... ...dass... ...die Muschi... ...mussi... 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 ...sauren Weibchen... ...ah... 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 ...is Wasser... ...alles... ...alles gut... ...ich weiß nicht, ob er heute noch... ...so gutes Ziel hat... ...oh... ...ah... ...alles gut... ...alles gut... ...Its Wasser... ...Its Wasser... ...Its Wasser... ...Its wasser... ...ich will ich bin auch schneller zu Hause... ...wie ist keini... ... Atlas... ...und die fliegt so langsam... ...die... ...die... ...die wäre schneller als ich... ...ne ich überhol' den Bären... ...Schweiß es gibt ja Gas... ...miste... ...Den Bären holst du mich... ...oh ja... ...oh ja... in dem die Stamina ausgeht dreimal die Karte umrundet wenn ihm die Stamina ausgeht dann krieg ich ihn der Bär ist echt brutal overpowered, overschnell, over alles auch nur ein Männchen ich bin genau so schnell wie der Quetz das dachte ich vor, ich wohnt vor nein muss ich nur alles machen da ist eine Baustelle hier Jungs und Mädchen, ich muss mich hinpacken ja dann sag ich Gutes Nächten ja dann sag ich Gutes Nächten umzugshelfer oh da habe ich große Lust und deshalb muss ich jetzt schlafen oh dann gute Nacht na dann möge der morgige Tag schnell vorüber gehen oh bis Mittag soll es gehen das ist halt scheiße weil da muss man zeitig aufstehen alles klar bis später ok tschüssi ok tschüssi ok tschüssi immer die Muschiser folgen immer diese Muschis fürchterlich, die machen was sie wollen das ist echt gut geworden hier schön hell alles ganz toll ja das ist sehr hübsch mein Holzbruder 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 und dann gleich Glaswand dong ach wollte ich mich auch angucken ja es fühlt nur noch jeder ein Tür strach mit Tür ach ja alles gut ok Leute dann machen wir Schluss ähm ja das denken wir das war die lustige lustige Muschierunde ähm wie ich das in jeder Folge sage und ich werde es nochmal wieder sagen guck mal er wollte der wollte durch siehst du der kann doch nicht durch ja das ist klasse siehst du mal wie gut das sauber ist an mir da kommt es nicht vorbei ach das ist wirklich meine Putzfrau hat richtig gut die Scheiben sauber gemacht danke Sky wuuu ich dachte jetzt grad was jetzt kommt sie mich wieder hauen ich bin weg ich bin weg ja das war wirklich geil der sah aus als ob man durchgehen könnte das nehmen wir noch alles noch mit auf hier Frauen für die Wohltätigung oh wei was ist jetzt bei mir irgendwas steht hier was ist das war grad irgendwie ein ein kleiner Lackback ok Leute das war's ähm die Runde ist vorbei und wenn ihr mitspielen möchtet findet ihr die ganzen Informationen immer in der Video äh unten in der Videoinformation ganz unten drunter mit ganzen Daten für fürs TS oder wenn ihr vielleicht mal mit Wix Wax im Channel vorbeigucken möchtet könnt ihr ja auch könnt ihr das auch gerne machen also das war's äh die Sky der Abstrakt der FMX und der Systemkoch sagen dann auch nochmal tschüss 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 tschüss